so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die heron cake sw 8 ja es handelt sich hierbei um eine fächerbatterie mit salut und brokats gold immer im wechsel geschossen danke an lennart der im hintergrund auch geantwortet hat viel darm die hat er mir nämlich mitgebracht durch seinen vater und die werden wir jetzt zünden das fette gerät wo ich habe echt gut angst vor der let's go ich glaube heron hatte sowieso nur die eine naja heron fake Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Digga, absolut geil, man. Absolut geil.